Hallo und herzlich willkommen hier bei PQ1980 zu einem weiteren Strategie Mania Stream und eigentlich war jetzt Siedler geplant, Siedler 2 nicht, Siedler geplant. Allerdings habe mich jetzt noch mal der Ehrgeiz gepackt und ich will jetzt diese verdammten Spanier aus meinem Land raushaben. Ich habe jetzt ein bisschen schon offscreen weitergemacht und es war ziemlich erfolgreich. Es ist mir leider noch mal abgestört, aber ich bin gar nicht so weit weg, wenn ich das hier schon sehe. 1969 ist ein bisschen spät für das Ganze. Oh nein, jetzt ist wieder die Musik aus. Okay, doch nicht. Ich dachte, was ist jetzt los? Viel Kombination, dass natürlich das von Zimt, der mal wieder nicht funktioniert hat. Wird auch nicht mal angezeigt. Also bei mir zumindest lustigerweise. Gibt mal wieder gar nichts. Ah, okay. Ich muss jetzt den von gestern schon ablaufen lassen, weil der jetzt nicht die Kälke fertig wurde. Aber auf jeden Fall natürlich ein Zimt-Stern. Und danke für den Bett. So, um es kurz zu erklären. Ich habe jetzt offscreen sowohl Panama als auch Vera Cruz wieder zurückgeholt und auch Cartagena. Und ich bin gerade dabei, hier Havanna zurückzuholen. Das heißt, es sind auch eigentlich nur die drei Städte hier übrig, die der akute CDU noch zur Verfügung hat, wo es vorbei ist. Und ich arbeite jetzt natürlich ganz hart daran, dass das jetzt auch, dass jetzt auch noch hier verschwindet. Allerdings ist das alles nicht so einfach. Es liegt daran, dass diese beschützene Artillerie mir jeden wenigen Gegner weghaut. Äh, jeden wenigen Gegner. Jeden wenigen meiner Invasionsstreitkräfte weghaut, was ein bisschen nervig ist. Aber nur ein bisschen. Ich versuche jetzt hier ein paar... Äh, komm. Ja. So war in Ordnung. Warum geht der wieder weg? Dann habe ich ihn weg geschickt. Ich komme immer wieder neue Einheiten nach, so ist es nicht. Aber warum geht der wieder hier weg? Ich meine nicht mehr, dass das war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das darf doch nicht wahr sein, ey Ich komm bei dieser scheiß Artillerie einfach nicht raus Was soll das denn? Das ist eine scheiß Fünfer Artillerie Es kann doch nicht sein, dass die 20 meine Leute weghauen Oh, endlich Aber ich weiß, dass da noch viel mehr davon sind Da ist nicht die nächste Aber jetzt geht's mal endlich hier Okay Oops Uhhhh Uhhh... Was lassen wir hier hinein? Und natürlich trotzdem, die 3er kriegen sie es nicht hin. Verdammt nochmal, das ist so zum Kotzen, jedes Mal derselbe Scheißdreck, wenn ich dann anfange zu streamen, klappt wieder gar nichts mehr. Das wäre, als wäre das irgendwie normal, wenn du sagst, ja, jetzt streamen wir halt und jetzt verlieren wir halt wieder nur noch, ist ja viel einfacher so. Ja. 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 Nach dem Stern fang du dich auch noch an, dass du nur wegen dem Rage da bist. Das war's für mich. Endlich geht es mal wieder. Endlich geht es mal wieder. Hört die Frage, wie viele 5 Millionen Soldaten, die schon wieder drin sind, ey. Endlich geht es mal wieder. Ja, jetzt müssen wir wieder 5 Millionen Mal verlieren, ist doch klar. Ja, ich weiß nicht. Die Nerven, die stillig laufen, sehen wir das Bond. Ja, ich weiß. Jetzt, mir geht überall was aus, was ich nicht brauche, ist schon klar. Wo ist jetzt dieses scheiß Schiff hin? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man. Manche. Bereits ne 5 Millionen Soldaten ist so ein Scheiß hier. Man. Wie viele fucking Soldaten sind denn da jetzt noch drin? Ja, natürlich und wieder alle verlieren. Man. Wieder probieren, wo ein Drakoner da her ist. Ist klar. Und probieren wir. Äh. Reicht jetzt dann? Oh, ein Lähchenfischer. Oh Gott. Wie viel lang gedauert der ganze Scheiß hier. Oh Gott. Na. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach so, weil ich da kein Ende... Ach, jetzt weiß ich noch. Äh... Kein Wunder. Kein Wunder. Oh. Kein Wunder. Kein Wunder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und Intertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich hab's schon kapiert, jetzt lass mich in Ruhe! Tch! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020